Ich freue mich, dass wir jetzt ein Gebiet fahren können, wo wir jetzt ein Gebiet sind. Ich freue mich, dass wir jetzt ein Gebiet sind, wo wir jetzt ein Gebiet sind, wo wir jetzt ein Gebiet sind. Wir haben Geschichten gelesen, wo wir jetzt ein Gebiet sind, wo wir jetzt ein Gebiet sind. Wenn wir jetzt ein Gebiet sind, dann denke ich so, dann sollten wir uns das schnell lassen. Und ja, Gott danken dafür. Und wenn wir klar haben, dass wenn die Zeit kommen, wo wir nicht, würden sie es dann taubt sein, dass wir danach dann. Und dann, dass wir danach eine Klarheit haben, als ich nur allein aus dem Führer wurde mit meiner Familie, oder als wir ein paar Familien taubt wurden, wo ich es dann. Und da kann ich natürlich sagen, dass Gott es unterbeten wird. Und da ist es nicht ein Führer. Und da wollte ich nicht genug kenden, am Danken, am Lügen, am Preisen. Und ich dachte, ich dachte, wir brauchen einmal die Wiede, vielleicht klar, Herr, wir preisen die, wir danken die. Aber was sagen wir mit den Wiede, wann wir die sagen? Wenn wir die sagen, Herr, ich preisen die, dann habe ich mehr im Sinn, als ich nur ein Wort brauche, wo du vielleicht rühtheben soll, wenn ich rede von, Lord, I praise you. Weil dann soll ich vielleicht auch Gedanken haben, für was ich an Preisen. Und dann habe ich, wie Gott mich gelernt hat. Und ich sagte, vielleicht ein von unseren Kindern, vielleicht habe ich das letzte Werk getan, was mich freundet. So, verschiedene Gedanken können du uns sagen, aber, ja, das ist ein Wiedefall, hier von dir zu sehen. Ich dachte bloß, die Leute werden mich rühren, von dir, was wir sagen. Aber ein paar Gedanken, was ich will von einem Leuten rühren, was wir das erste sagen, dort sieht es, steht, dort fängt es an, sage ich, Awake my soul. So, ich glaube nicht, dass ich die Botschaft versuche, mit gemittlichen Händen zu sagen, dass die Händen mit schlucken. Aber hier geht es von der Säule. Awake my soul to joyful lays and sing thy great Redeemer's praise. So, wenn wir hier so top sind, dann sprechen wir uns das Motto, wie sie an Abwahrungen an der Säule, dass die wird abwahrungen. Und sing mit der Versammlung top, sing mit der Leute, was die waren angegeben. Sing thy great Redeemer's praise. Well, du musst immer klar sein, dass es mein Redeemer ist. Wenn ich mein Redeemer ist, dann für die nächste Zeit, dass Gott in die Hände hat, dass es mich auch geht. Aber wenn ich anwohlen wollte, dass ich mich geraten habe, vielleicht habe ich mich das letzte Weg geraten. Vielleicht ist es ernsthaft in Temptation gewesen, und du kannst von dir sagen, Thank you, Lord, that I did not fall into that temptation. Thank you, Lord, that you made a way of escape. Die Bibel sagt, for every temptation, there is a way of escape. So, vielleicht können wir singen, I sing thy great Redeemer's praise. He justly claims a song for me. Das weiß ich nicht ganz, ich kann mich nicht denken, wenn ich mich interessiert habe, aber ich kann mich interessieren, was du sehen. He justly claims a song from me. Meint der Dichter zu sein, der Schreiber zu sein, dass Gott verlangt von jedem ein ein Leut von der Sommers. So, he justly claims a song from me. Hasten Leute, was du Gott wirst gleich in der Sommers singen? Wir hören von denen an unsere Devotions, hören wir von einem Ola-Onkel, den nennen wir Joe. Joe will nicht sein, er ist gesund, aber es wird wie ein Schafjermann. Können nicht arbeiten, aber wenn sie den Besachten, der wird gewöhnlich Tüß im Garten irgendein Ruhe oder Böten, und sie fangen an, dass er wird mautig. Der Luthertied, sie schriebe dann, wie der Joe, in der Kirche gekommen, am Vorstuhl, aber er hat immer Menschen begreift, mit fremdlichen Gesägen, die äldre Menschen, die Kenia, und das Ankel, der hat ein, er 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 hat ein Gebet, Ich wünsche mir viel mehr, dass sie aufgeregt in einer Stadt, wo sie eine frische Kärpe geschenkt haben. Ich kann sagen, dass wir von der Gesundheit sind, dass sie eine frische Kärpe geschenkt haben. Aber es sind von der Menschen, die lernen, dass Gott ein Wort von dieser Kärpe ausnehmen und anderen Kärpe geben. Aber das ist so, das ist auch in Falun. Vielen Dank. Er hat sich so in seinem Bad, er stößt, er soll in seinem Bad werden und verteilt den Jungs noch die Dinge. Er wird noch befriedigt. Aber er wird gestorben. Und wenn er dort alles gesagt hat, dann sage ich es. Er dreht sich in Baden an. Dort seine Feucht war in Baden an. Er lädt sich an und dreht sich auf. Und dort wird das in Jerusalem gebeten. Dort, Gott muss meine Feucht sein in das Baden an und peacefully aufreisen. So, awake my soul to joyful lays. Ich würde noch mehr Gedanken kennen von dem Namen. Wenn ihr die Bibel haben, dreht, werde ich noch Romans chapter 2. I'd like to read verse 4 today. As our text verse. And then I will also go to Ephesians chapter 2, verse 7. Wenn wir das Kontext würden lesen in Rheuma Kapitel 1, Romans 1, if you would read that. And then in the second chapter, I'll read there from verse 1 to verse 4. It says, Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judges. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judgest does the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. Such things meaning to what chapter 1 said. Verse 3. And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things. And doest the same, that thou shalt escape the judgment of God. Question mark there in verse 4. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. And then we will say, Da sage ich, Das ist eine Freude, was wir uns von dir wollen. Weißt du nicht, dass Gott seine Güte, das meint die gute Dinge, was hier in Lantenslap zu tun hat, dass dort die Büsse leiden soll. Und ich glaube nicht bloß, dass Paulus hier meinte, dass es einmal eine Büsse sein soll, in unserem Leben, wo wir eine Büsse getan haben, was wir auch getan haben, und wir merken Dinge über Reihen, und nun haben wir Büsse geduhen, und nun haben wir das geduhen, was Paulus hier sein soll. Wir haben die erste Freude, und wir haben die letzte Sennacht, wir haben die Dank gehören, dass wir Thanksgiving haben, das ist ein Reichterbuch für uns hier. Wir haben Thanksgiving, und haben wir vergessen, oder wie viel wir uns von Ihnen vergessen haben, in dieser letzten Woche, dass wir Thanksgiving hatten, wir hatten eine gute Meal, und haben wir gedacht, und wir haben das letzte Woche, wie viele gute Dinge in unserer Leben passiert, und so, hier und so, und ich dachte, dass Gott die Laat Gauderdinger in unser Leben nähen kann, dass wir ein Büsseertje leben haben. Und dann denke ich so, wenn wir dort haben, in unserem Leben, dort wir haben ein Leben, dort wir nicht glücklich leben, aber wir sind nicht undankbar, dort ist viel wert. Wenn wir sagen, dass du ein Kind spielen willst, und wenn ein Kind zufrieden spielen willst, wenn wir sagen, dass ein Kind dort ist dankbar, und das Wort hat half, dann wird wir ein Bild haben, vor uns, wo ein Kind, ob ihr irgendwo spielen könnt, vielleicht ein, vielleicht hat er eine kleine Karte, oder ein Traktor, vielleicht hat er nicht mal so, vielleicht hat er irgendetwas, mit Halt gemerkt, und das ist mein Ding, was ich mit Trompfern tun habe. Aber was wir haben, das sage ich uns vielleicht, und was ist, ob er dort, wenn du zufrieden bist, nicht von einem Ding, nur das andere Ding geht, dann würde wir sagen, dort ist ein Kind zufrieden. Vielleicht würde ich nicht so sagen, dass es ein Kind ist dankbar, wenn es dankbar ist, wenn du, dass der Meinung da rückkommt, wenn das Kind, du nur, wo es zu einem kommt, sagen, wo es scheint, wenn es geht, wenn es so, dass es gleich spielt, oder es ist wieder, oder wenn es klingt, mich alles mit der Papst spielen, und ob er dich zufrieden hat. Dort würde ich nur sagen, dass es einfache Dinge sein können, und ob er vielleicht noch da ist, wenn es ein Kind, du blieb, und es kann sich zufrieden sein, was ich sage, dass es für eine Stunde, dass es für ein paar Stunden, und es ist zufrieden. Und so, wenn ich hier sage, ich will Paulus hier früh, und er weiß, wie dort nicht, dass Gottes Güte, dort uns zu der Busse laden soll. Und ich denke so dann, weil Paulus hier rückbringt, dass wir ein Mindset haben, wie soll er so eine Anstellung haben, wie soll er vielmehr machen, wo Gott in Kontrolle ist. Dort möchte ich nicht bloß, dass wir nicht denken, dass Gott, der hat mich hier gesehen, der kann hier extra Geld merken, oder wir haben Meier von uns Garten gekriegt, oder wir haben dort bedingen, dass es dort gut nachdenkt, dort sind Segnungen genug, ganz klar. Aber ich glaube, wenn wir als Mensch würden sein, wenn wir dort Kind würden sehen, was du zufrieden hast, dann würden wir uns denken, dort ist der Mensch, der sitzt dort, hat viel Weh, wo Gott Läden entführt. Und dann, wenn wir wo sehen, dann haben wir einmal ein Leid, was wir sehen. Dann haben wir vielleicht in Salzburg, wo wir ein Blüter sahen, und Gott, ich danke dir, dass du gelehrt hast, dass du gerade das Ding noch wahrstellt hast. Und ich dachte, wenn sich diese Botschaft freut mich an, da war ich gerült sich mir dort, für uns das zu prädigen, weil ich, ich kriege das für uns, das sind ja schon alle, wie werden uns angemolten Dinge sagen, weil ich das Wort, wann es nicht wird so sein. So werden wir sagen, wenn ich nun die Botschaft bringen, von dort, wir wollen an Gottes, wenn Gott geht, wir wollen da und denken, oder wenn Gott Dinge erlattet, dass er regieren wird, oder wir wollen da und morgen. So wird, wenn eigentlich schon in der Season of Life vorsehen, ich weiß nicht, was ich vorsehen, aber du sind von den Menschen, kregen an dem Meer, und auch viele Menschen beziehen, die sind in der Season of Life, in der Tüte in ihr Leben, wo es schwer ist. wird, vielleicht ist es körperlich schwer, Gesundheit ist es nicht durch, vielleicht sind sie irgendwo in der Klan, dort, dass sie sich finanziell nicht wollten, vielleicht sind sie irgendwo in der Familie, es auch noch nicht käme, und die Menschen, die würde aber so gingen, dort können fred sein, warum vielleicht das passt. Du können verschiedene Verhältnisse sehen, aber wenn wir dort würden dann, die Winter, the Winter Season, some day würden sagen, the Winter is the best season of my life, aber vielleicht müsste würden sagen, the Winter is the Brückworte durchzukommen. Ja, man kann uns denken antragen, Schirmjagen, dort die Fortjahrein sein, Schirmjagen, dort die Furnace schufen da, so irgendwie ist, wenn wir dort von der season in life würden schworrag und dat. Und so eigentlich werfen der würden hier sein, dort akkar wie sein in the Winter season of life. Der nächste würde sein, bei uns ist der Sommer, bei mir ist der Sommer. Aber war der drei den Wottes versagt, da frage ich uns, weißt du nicht, dass Gottes Güte zur Buse leidet? That the goodness of God leadeth thee to repentance. Well, dann steht bei meine Frau ab, the goodness of God. What meint Godet? Meint that the good thing in our life are to do come? There are maybe another frau, that God God give to a man who is God that God will to a man who is God to God Nein, Gott, der hat bloß immer gaudet. Und dort gaudet, was Gott gebt, was für uns im Leben soll, was soll ich das sagen? Vielleicht nicht bloß das sagen, dass es für uns im Leben gaudet soll, aber für sie nicht. Vielleicht habe dort Dalla am Glauben Foten. Ich weiß, dass ich es sei. Wenn ich von dir nicht so sehr, dass ich es sei, wenn ich schwere Dinge in mein physisches Denk, würde ich von dir kennen, mit Klarheit zu sein, Gottes Güte. Ich kann den letzten Monat meiner Verhältnisse in meinem Leben betreuen, was einer beleucht hat, in einem Sinne 40 Jahre vom Leben. Ich kann andere Menschen ihre Dinge betrachten, was er dann bekannt hat. Und ich kann sagen, dass es die beste Dinge im Leben, was wir von dir nicht können sein, was er alles solltet. Dort muss ich Gott unvertrauen. Ich muss Gott sagen, Gott, das Ding kann sein, du hast eine Arbeit geduht, was ich lange nicht sein kann, was er alles solltet. Und wenn ich an das denke, dann muss ich bloß sagen, die Bibel, die lehrt das Ding, was Gott in unserem Leben zu tun hat. Wenn wir dort annehmen, wo wir sagen, Gott, wenn das für dich auch ein schweres Ding ist, aber ich will das annehmen. Für dich kann ich das nicht verstehen, aber ich will trösen. Und dann, und dann, doch ich und Josef sein Leben, Josef könnte uns zu seine Bräder sein, wo die Verschlag meinen, dort mein Gott vergaut. Aber er könnte das von Anfang glaube ich nicht sein. Er beleuchtet das von Anfang nicht. Wenn es heute verkauft wird, kann es sein, nur eine Wildfrau, das Lohn hat. Manche Menschen, wie ich, wo er nicht viel kann. Ich glaube, Josef wird nicht, wird nicht an können sein, sondern es steht, die Güte Gottes, die Gönnis von Gott. Wenn es andere wird, ganz, wird es sein, dann wird schwarz gepänselt, dort du bist einer, wer nicht trühe ist, im Räck, in einem Wort, in Gefängnis nennen, geht es um, an einem Wort beschuldigt für so ein Ding, dass er nicht mal Gedanken überhört. Viele Leute wollen, wenn du von weich ran dort, gleich was du in das Gefängnis nicht haben können verstehen, Gott, worum hier, worum es steht, nein noch beschuldigt, aber wir fangen, Josef wird trühe. Und dann, abhängig von seinem Leben, was wir dann lesen, in 1. Mose, der letzte Kapitel, du lesst, wo dort eins, dort Josef, dort kann sein, vielleicht soll wir uns dort mal lesen, in 1. Mose, Kapitel 4, 4, Genesis 45, wo Josef sagt, then Josef could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, cause every man to go out from me, and there stood no man with him, while Josef made himself known unto his brethren, and he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard, and Josef said unto his brethren, I am Joseph, doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence, and Josef said unto his brethren, come near to me, I pray you, and they came near, and he said, I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt. Now therefore be not grieved nor angry with yourself that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Joseph, I believe I could here install God God sin build sign, God sin a lad sign, like half all I gedanken to ever you me a crack from what I what God always died, he said, that he heard from the famine what we heard, and so here could Joseph say, and what you meant for evil, God meant for good, and God so he said God God good to lead to the bus and when we think we in the thing in Isaiah he 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 aus der Ehr, soviel Hacherer, soviel Deiper sind seine Gedanken oder seine Weh, was er uns entladen hat. Ich sehe es wie wohl noch in Ephesians 2, verse 7, wo den Pfarrer schon noch lesen, denn nun, wenn wir uns an Klima-Meyer-Gedanken merken, bei Ephesians 2, verse 7, hier sagt es, es steht, that in the ages to come he might chew the exceeding riches of his grace and his kindness toward us through Christ Jesus. So, dass in die Zukunft geteet, that in the ages to come, dass Gott would wissen seine exceeding riches of his grace and his kindness toward us through Christ. So, dass Gott will tun. Er will uns das Wesen hier auf jeden all. Ich glaube nicht, bloß dort redet von, an dem Tag, wann wir wollen im Himmel sein, dass Gott uns das dann wird all das Wesen. Aber wenn es mit Josef wird, dann könnte Josef dort eins sein, dass Gott ihr lebt in die Vierter. Aber wenn wir uns an Klima-Meyer-Gedanken, wenn wir uns an Klima-Meyer-Gedanken von Romans hier, was er gemeint hat, er redet von God's, oder despisest thou the riches, so dass er von Wut, the riches of his goodness, the riches and forbearance, the riches and longsuffering could we sein. So, goodness, was er meint God's goodness? It may be considered God's kindness to us in regards to our past sins. He has not judged us yet, even though we deserve it. Forbearance, on the word forbearance, may be considered God's kindness to us in regards to our present sin. So, dort sah hier that his riches and his goodness and dann auch his riches and forbearance. So, forbearance, dort haftet Wut geduld. Dort Gott, der haft viel geduld mit den Menschen. Und so, dann haftet hier noch ein Wut, dort sah ich, longsuffering. May be considered God's kindness to us in regards to our future sin. He knows we will sin tomorrow and the next day, yet he keeps back his judgment. Und so, wann er hier red von, that he knows we will sin, dann lebe ich meinte tolle, die Schriever meinte tolle, zu sein, dort Gott die Wut, dort wie, wo wir am Wornthruh sind, wo wir am Nichtwornthruh sind. Und so, und dort gedau, dann ha es Gott longsuffering. Dann ist Gott langmütig. Er merkt nicht in eng mit den Menschen, wann er dort auch weiß, wo den Menschen wird leben, wo er wird tun, wo er wird gehen am Schaufen, er geht in den Rekord zu sein. So, Gott ist longsuffering. Und, so Gott, er weiß viel genug. Er weiß viel Geduld. er lädt uns viel te deil kommen, viel gute Dinge. In Wahrheit waren wir drei Gedanken, dass Gott die viele Dinge in uns leben nähen. und ich denke vielmals so, dass wenn wir das Bildchen geraten nehmen, wenn ich von dir eine schwere Tid gehe, dann möchte es sein, dass wir so sein, als das Joe, wo ich erst von reden, dort waren waren es vielleicht wachen, wie Lüren durch den Dach, wo es vielleicht eine andere Karte geben, eine andere Tid sein, aber dort werden wir trüsen. Und Gott sieht ganz das Bild, wo er seine Zeit will bewegen, wo er seinen Rekt will haben, die Bibel sagt, dass die Zeit soll sein als Spiel für die Welt. Und wenn ihr gedacht, dass das Spiel klappt, drei Dachen, dann waren du ganz klar, Tiden sein, nicht was leicht sein, aber wie in der Tid du wirst Gott sein, Gott will das annehmen, was in meinem Leben passieren hat. Was ich nicht verstehen, aber nicht, aber wenn Gott will sein, dass ich so trü sein, seinem Dreck, dem heute kann wieder bescheiden, was er war. Wie Paulus wird sein Leben, dass er trü gefunden war. Er hat Städte, wo er sagt, dass mehr ist zu tun. Mehr kriege zu viel viel. Dann habe er zu sagen, wenn du mit bist. Wenn es steht, dass die Menschen verleut haben, er wird ihm gerecht, er sagt, keiner stimmt bei mir. Menschen haben alle Angst, aber du wirst du. so Gott ist gnädig. Wenn Gott auch weht, wer wir sind als Mensch, aber er will dann noch die Leibende genüht. Wenn wir wehten von dem Menschen was er alle alles getan hat, oder was er alle alles tun, wir würden vielleicht einmal den Menschen nach Gow retten . dort versiegen Unternehmen von den Menschen, aber Gott kennt uns, Gott weht uns, und wie es genug kriegt, es wird hier sein, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit, weht du nicht, dass Gottes Güte die der Busse leiden soll? Und ich kann hier nicht so sein, dass wir bloß einmal Busse tun, aber dort wir ein Leben haben von Gott in uns über haben, Gott und Gott denken to all the teeth. Wir werden uns noch ein klein bit vertiefen in Ephesians 2, 2 Vers. Ich werde in Ephesians 2, 2 Vers. 4 sage ich, but God who is rich in mercy. God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us even when we were dead in sins hath he quickened us together with him. So die vier of her sage ich, that God is rich in mercy. Wann die menschlich tot wird sage ich, geschtlich tot, even when we were dead in sins hath he quickened us together with Christ by grace year saved and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus that in the ages to come he might chew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus and I like the riches of his grace what it he said it what it might it what it is that in the ages to come he might chew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus what did all happen to happen that I said that he God he said he raised us up together and made us sit together in heavenly places so so we did on him down then can we say that we sat in our realm he have a new state for us not plus the him saying that that we were in him to see now new or for five say I have to live to know the world we don't mean the be and when we the be can be live not but when it happens but we let us from God to God then I said first last done and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places so he up Eden sat we all in heavenly places to an extent I don't I think I don't know about the token and a written what Spurgeon says that eternity itself will not improve upon the gospel so the Ewigkeit that we in the Ewigkeit can say that the gospel was more complete was not what Jesus did have on the Christ what Jesus did have with their life that is all for God have seen Rick could say that was not he rick to the earth that is from the earth and that was also rick to believe but that we as a man can understand and that live where we are good and enough das wollen wir nicht alle verstehen. Aber ich denke so, wenn wir hier auf Irland versägen, Gott zu sein, wenn wir leben in Gemeinschaft mit ihm, dann sind wir stehen hier auf Irland, wo wir sagen, Gott, ich kann dich nicht genug von dir verstehen. Ich kann sein. Ich kann von dir mehr sein, wort ich von Anhalt holt. Und dann können wir mit Josef machen, und dann können wir mit was der Mensch meint für das, Gott hat unterwegt. Und ich habe mit dem Prophet Jesaja mit dem Stamm und Sagen, Gott diene wie er, die sind so viele Hechte aus dem Mensch, die sind. So hoch aus dem Himmel, so viele Däupen, so viele Hechte sind deine Gedanken. So noch das letzte paar Gedanken hier und die Dach und und da hat ein Mensch wo er einmal genehmigt ist, negativ zu sein, Jona dem ging, der dort auch so, wenn du noch nie ne Wesen guen, ist und sei wohl du gleich hahn guen. Und dann, wenn du sagst, ich isch Leute, oder wenn Gott isch am gedrückt hat, und was du brauchst, und Josef, I mean, Jona, du in den den in den Bellyband beten, der und seht Gott, Gott, ich ist ein reitem guen. Und wenn ich sage, du bin inne wie wir, und du ging dort prägen, was Gott hat gesagt, er hat geirrt, aber dann sah er sich die Bühne, du sah er sich tun. Und er will sein, wo Gott ist dort anbringen, war er der Mensch, hörte, lang nicht genug, was Gott hat. Lang nicht genug. nur. Dann weiß ich, wie wir im Schotten sitzen, und Gott dann auch gleich in Worm kommen, dass er der plant, dass er dort ging, dass wir Jonah dort nicht der sagt, dass du den was passieren und wir du immer kritisch. Und Gott sagt, Jonah, hier ist einer plant, und dort du dort sind all die Menschen, all die Säulen, die ich gemerkt habe, was mir am leifsten sind. Meist soll ich dich nur vertilgen? Soll dich alles in die verdorbenen schmieden? Soll dich genug wiesen und genug geben? So Gottes Güte, was sagt in 2. Mose Kapitel 4 und artig, du redest Moses zu fangen. Er sagt in Exodus 34 verse 6 and 7. So hier es wo Moses ab den Boas nap kuhn da er 10 commandments and the Lord pass by before him and proclaim the Lord, the Lord God merciful and gracious long suffering and abundant in goodness and truth keeping mercy for thousands forgiving iniquity and transgression and sin and that will by no means clear the guilty visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and fourth generation so Gott ist ab den Boas er ist get Moses den nap dann sagt in Versch 5 du sagt and the Lord descended interesting statement da kam der Herr her nieder in einer Wolke so er kam rauf Moses nu wir Gott will an the Ten Commandments geben und dann vers das ist mir auch interessant dass der Herr du von sich selbst reden wird und der Herr ging vor sein Angesicht vorüber und rief so er geht wie Moses vorbei und dann rauf Gott selbst sagt Gott so steht Herr Herr Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer gnade und treu so dit sei der Herr von sich selbst I'd like to read Romans 11 yet verse 33 to 36 he haf Paulus auch erraubt hin heim riet von the mercy and the goodness of God räume auf von treuendartig but sassendartig he sagt oh the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God how unsearchable are his judgment and his ways past finding out for who hath known the mind of the Lord or who hath been his counselor or who hath first first given to him and it shall be recompensed unto him again so I think we said that the truth he said oh the depth of the riches so do us God his ways and his good so do us that us the wisdom and knowledge of God the way what he have and what he led and what he führen that he he sind es gute Säden in unserem Leben und wir können Gott danken. Nächstes Mal, wenn es schwer ist, dann kann ich das vielleicht nicht so tun. Vielleicht fällt uns das dann spannend, aber ich würde von dir uns gleich einen Motor zu sprechen. Wer wird das in unseren guten Säden tun? Das wird es leichter machen, in den Säden tun, wo es schwer ist. Wenn wir uns durchabwahlen verlassen, wenn es etwas schwer ist, dann muss ich nur Gott rufen. Dann muss ich ernsthaft im Gebet sein. Dann, wenn ich die Schwachfrau sein, dann wollte ich mich Tief nehmen. Weil ich die Schwachgäste haben. Ich kann auch nicht so einfach Menschen, wirklich, ich kann auch kein Mensch sein, stoffen in meinem Leben. Sonst bin ich ein kranker Mensch. Ich weiß es, das letzte Pro-Werk oder das letzte Werk von seinem Leben. Wenn du hast die Tief, wie schon wenig Menschen gegeben, dass sie das wollen beleben. Dass sie Gott lieben und preisen. Du sind seine, aber die Mischte. Die switchen aus, verstanden, switchen aus, sind doch krank. Ich kann vielleicht nicht reden, die Stimme ist nicht durch. Verschiedene Dinge sind durch. Aber Gott seine Weh, dass wir von der Wunden andenken, dass seine Güte, und seine Treue, die soll uns leiden, zu der Bussi. Die soll uns leiden, zu so einem Leben führen, wo wir waren, und denken, dass ich stu, zu allem Moment, vor Gott sein Unterricht. Nicht die Gedanken, dass ich einen Tag habe, wo ich noch mal vor Gott stu. Dort die Gedanken, von der wird sein, dass sie auf einer Städ, wo Gott mich ganz konzentriert, als es dies ist, als er auf dem Tag ist. Paulus sage ich hier wieder, how unsearchable are his judgments. Wo Gott judging that. Wo er von der auch that. And his ways pass finding out. Dann frage ich hier diese Fräulein, versprochen, wer hat Gott sie in meinen, wer hat das können verstehen. Und habe gedacht, oh, ich will noch mit Peter arbeiten, oder ich will, ja, wenn du das ist das, dann ist das, und wer hat Gott das mal gesagt, sag ich, frage ich auch. Wem wird Gott denn nur noch können sein, dank sein, dass du mir den Gedanken geifst? Ist dort schon halt nicht geifst. Das wird dann verschrieben, da soll ich sein, denn. Dann sagt er, versassen, da soll ich, for of him, and through him, and to him, are all things, to whom be glory, forever. ever. Amen. St. Gott, sind wir. Und so, die Baste steht, wo wir von der auch können sein, dort erst, wie kann sein, Gott, ich gebe mir in deine Hand, dann, ich will, du sein, dort, die wir beleven, tolle Tiet. und dann, weil ich weiß, dort sind Dinge, wort nicht leicht ist, und dort, woran wir uns broken, dann, in anderen, dort, wir uns können, hau, aber ab, stunden, meden. Our heavenly Father, we come to you, this, at the close of the service. And Father, we come into your presence once again in prayer as a congregation. And Lord, when we think of that we sit here in a church building, in a sense, we think about it that we are in your presence, then we have to ask ourselves if we have, have we really had a heart to sit at the feet of Jesus this morning? Has this service that has been for about two hours, has this service been a blessing? Has it been the heavenly bread that you want to give? And Father, I think that if we have not been filled today, if we have not sensed your goodness, if we have not had any refreshing in our life this morning, it is not because you were not there. It is not that we came to a throne where God was supposed to sit on and we were sitting there and nothing, God didn't show up. God, it wasn't a lack of you not being there. it is upon us as man to come with a contrite heart, a broken spirit, a longing heart that would cry out to you and as we sang that we would lift our hands before the mercy seat. And so Father, I pray as we sang this morning, awake my soul, Lord, that our inner man would be woken up this morning, that we would truly sense that you have a desire to show us who you are. And Father, we pray that we could be found faithful in the times where it is easy, in the times where we have the blessings and maybe things that are just going right in our life, maybe going right in business or whatever it be. Lord, help us not to forget those times, to praise you in those times with our family together, personally, alone, but also in the time when it's a time where it might not be easy and we cannot understand. Maybe we feel like we are in a prison. Maybe we feel like we are in a foreign land and no one sees us. No one notices us. But, oh God, that we would there also just have the faith in you that you are there and that we would trust you and when you lead us through times where it's a valley that we would not forsake you, Father. I pray for each and every one that is here this morning, Father, there's a living soul in each person that is present and God you created that, you made that and you desire that we as living souls would take, that we would take note, that we would be aware of our surroundings and that we would be aware of a sovereign, almighty God that has things in control. Lord, I pray that we would have an awareness of you throughout this day, throughout this coming week and that we would see how you lead and guide, Father, and that that would make our inner man just yield to you, commit to you, surrender to you, Father. We pray for your direction and guidance as we go throughout this day and throughout this week. Lord, we thank you for the riches in Christ. We thank you that even though we do not understand everything fully today and we agree with the Apostle Paul that, the depth of the riches that are in Christ. But, Lord, we desire to understand that more, to experience that more. Lord, we don't just want to say that we want to understand it better. We want to tell you this morning that we want to experience that, Father. We cannot, we don't want to tell you in which ways you will allow us to experience that, but may we be ready to experience your riches in greater ways in our life. We give you honor and glory, in Jesus' name, name, amen. Let's take the Christian hymnal and turn to number 489. How gentle God's commands. How gentle God's commands. O me, how gentle God's commands, How kind his priests and sons are. Come cast your burdens on the Lord, And trust his constant care. Beneath his watchful eye, His saints securely dwell. That man which bears all nature up, Shall guard his children well. Why should this anxious love Press down your weary mind, Haste to your heavenly Father's throne, And sweet refreshment find. His goodness stands approved, Unchanged from day to day. Come drop your burden at his feet, And bear us on the way. And bear us on the way. And bear us on the way. Make safe. Keep arms on the way. Standing left andоть.